Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christine, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Sachsen, bin aber erst hierher gezogen. Ich habe vorher in Niedersachsen gewohnt und musste aber dadurch, dass wir ein Kind erwarten, ich und mein Freund, wieder zurück in die alte Heimat, sagen wir mal so. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Vorstellungsrunde von mir machen und damit ihr euch einen ersten Eindruck holen könnt. Also ich bin 31, bin gelernte Altenpflegerin, habe 2009 bis 12 gelernt. Ab 12 hatte ich ausgelernt. 2015 habe ich noch mal eine zusätzliche Ausbildung für Gerontopsychiatrie gemacht. Das ist eine Vertiefung in die Demenzerkrankung für geschlossene Psychiatrien. Und ja, ich habe auch auf einer Demenzabteilung gearbeitet. Später dann, das letzte Jahr, war ich in der Dauernachtwache. Ja, dadurch, dass ich dann im Januar schwanger geworden bin, durfte ich dann nicht mehr in die Nacht und im März wurde ich ins Beschäftigungsverbot, ja, gedrückt, geschoben. Es ging leider nicht. Ich bin ab August im Mutterschutz und im September kommt der kleine Mann. Ja, auf meinem Kanal wird es darum gehen, ja, DM-Halls oder Rossmann oder das, was ihr möchtet, alles so. Aufgebraucht-Videos, Make-up-Sammlungen, Beauty-Sammlungen, was euch so interessiert. Schmink-Videos, weiß ich nicht, werdet ihr nicht so oft sehen hier, wenn überhaupt. Ich bin kein Profi. Ich schaue mir selber immer YouTube-Videos in dieser Richtung an. Ja, und ich bin kein Profi im Schminken. Deswegen wird das wohl nicht so oft vorkommen, dass ich irgendwelche Tipps in dieser Richtung gebe oder ein Schmink-Video machen werde. Wenn euch solche Videos gefallen, also Declutter, Aussortierung oder Schmink-Sammlungen oder so, bitte mal den Daumen nach oben. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video oder Kanal.